Hallo, wir sind wieder zurück. Diesmal nicht mit Maddin, sondern mit Bubblegum. Hallo. Hi Bubble. Wie ihr es kennt, wie jede Woche, ein Kartenchaos. Drei Spiele, wer zwei gewinnt, hat insgesamt gewonnen. Dann legen wir mal los. Wir müssen jedes Mal einen anderen Helden nehmen, jedes Spiel. Und Bubble nimmt bestimmt den Krieger. Ne? Ne. Ich hab jetzt schon so viel rumprobiert, ne? Dass ich weiß, wer gut ist. Ich hab keine Ahnung, wer gut ist. Ich hab gestern gegen Maddin immer auf den Sack bekommen. Hab ich schon sechs Stück gewonnen? Ich hab eins gewonnen. Eins. Reicht für das Karpaket. Ja, ich muss ja noch die Quest beenden. Äh, fünf Kartenchaos-Siege. Ah, der Schamane. Das wär mein zweiter Tipp gewesen. Vielleicht den auch. Vielleicht den auch. Okay. Ich grüße euch. Die Elemente werden euch vernichten. Danke. Grüße. Ich grüße euch. So, jetzt nervt man nicht. Soll ich mich erst wählen? Äh, äh, äh. Tada. Vlog. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Ja, ich zie nur Karten erstmal. Ähm. 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 Nehm ich die, nehm ich die nicht, nehm ich die, nehm ich die nicht, nehm ich die, nehm ich die nicht? Du nimmst die nicht. Hm. Hmmmm Wow Ja Mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Niemand stiehlt unsere Geheimnisse Ja Bubli Ähm Ja Was tun Ähm Siehst du? Was tun? Das ist jetzt hier die Frage Zwo Vier Fünf Schaff ich nicht Och ist doch blöd Hm Was tun Hm Was tun Ich bin bereit Aber ich nicht Ah Ich bin bereit Ja 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 Das ist ja Ich bin bereit Ich bin bereit Und dann Ich bin bereit Ich bin bereit Und dann Oder Boah, wie alles glistert! Ach so, fuck, ich halt schnell erstmal. Äh, ja, dann spiel ich die. Ja. Joa. Machen wir das erstmal so. Sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Hm, nope. Leet Insekt. Kein Insekt. Gereime! Au! Bitte, wenn ich was zu mähen. 6, 9... Viel zu viel. Viel zu viel. Es bleibt nicht viel Zeit. Es bleibt nicht viel Zeit. Es bleibt nicht viel Zeit. Die ganze Zeit machen uns auf den Kopf. Ich bin kein Wann. Es kann mir nicht mehr Zeit kommen. Ich bin ein Wann. Warum, warum küsst du mich einfach so fort? Ich hab's halt zu spät, Trudy. Wagnaros hat keine Aufgabe, auch schön. Tötet alle, die noch auf dem Feld. Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner zu spüren. Jetzt will es aber jemand wissen. Oh, Alter! Ja! 50% Chance, weil es heißt eigentlich jeden zweiten Zug. Und der macht einfach zwei Mal. Ja, weil ich's kann und Bock drauf hab hier. Ja. Das ist ja nett. 1-0! Autsch. Das war deutlich. Was haben wir denn noch so? Jetzt spiele ich mit... Ja, der Paladin ist schon ganz gut. Ich sag Priester. Dann Magier. Nimmst du doch. Priester oder Magier nimmst du doch. Ohhhh. Was? Ja. Ja. Okay. So. Was haben die? Was können die denn alle hier? Der ist vielleicht nicht so schlecht. Gut. Das brauche ich noch. Doch. Vielleicht doch. Das brauche ich noch. Doch. Vielleicht doch. So, ich lass das mal so. Einfach mal überraschen lassen, ne? Oh, geht gut los bei dir. Ja. Muss jetzt ja auch, ne? Muss es ja klappen. Hm, ich frage mich, ob... Der oder der? Ach, sauber schadet mir da doch ein bisschen zu gefährlich. Das war's. Das war's. Ach. Ach. Na toll. Für einen Mana kann man das schon mal machen, ne? Alter! Was ist da los? Wie ich denn den mal am besten weg? Ja, musst du wissen. Eigentlich was mit Spott, ne. Ich frage mich, ob... Das Ende naht! Boah. Nimm das! Ich muss das Land bewachen. Richtig scheiße. Äh... Problem ist jetzt nur, ich krieg den nicht weg. Ich hätte zwar ne Karte, die ihn weg macht heute, die ist zu teuer. Ist ja einfach mal ein bisschen damage. Aua! Das tat doch gar nicht so doll weh. Nehm ich das, nehm ich das, nehm ich das. Ich glaub das ist ein guter Plan. Ist ja gleich schon vorbei. Was denn hier los? Ja. Ich brauch Leben. Ich brauch Leben. Ich brauch Leben. Alle zu fangen. Nein. Ich habe den Tiger im Teich. Ah. Stil gestanden! Ich hab' den. Gott that's hast du noch irgendwas? GG jawohl da krieg ich nichts mehr hin das hört man gerne Dann will ich zumindest noch einen weg machen. Ja, das war deine fette Kante, die du da wahrscheinlich hast mit einem. Nein, noch Sache. Bumben los! Boom. Entscheidung im Match. Und ich nehme... So, ich bereite mich mal mental vor. Hm, ich rühre schon mal Mana an. So, ich bereite mich mal mental vor. Hm, ich rühre schon mal Mana an. Und jetzt treibe ich meine Murlocs zusammen. Dann kann es gleich losgehen. Ich versammle schon mal die Zuschauer. Du kommst schon zu Garrosh, Alter. Mhm, mhm, mhm. Joa, nehm ich mal. Komm, ne mit. Geht schon. Schön. Ah, ich habe auch ganz das vergessen. Hallo. Hi. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Ja, ja. Weißt du Bescheid, ne? Los. Da kommt nix mehr durch. Ich habe genau das, was du brauchst. Hat er genau das, was du brauchst? Der hat schon eigentlich viel zu viel. Ähm, aber... Doch, ich denke schon, dass er war. Das war's. So. So. Und mu? Hm, no. Und mu? Was kann ich denn hier nochmal so bringen? Das könnte ich bringen. Das könnte ich auch bringen. Ich bin hier. Ja. Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das war's. Ah, beschissene Geheimnisse immer, ne? Ja. Wirst dich gleich ganz doll freuen. Irgendwie hakt hier grad was. Warum geht das denn so? Jetzt geht's. Hier könnte ich auch machen. Bringt mir nix. Aber eigentlich können sie die vielleicht... Schauen wir doch einfach mal, was da so kommt. Gut. Jetzt meinte ich nicht, was ich machen soll. Mensch, brauchst du aber lange. Noi. Was? Ach so. Stimmt ja. Es ist so. Bestimmt der nächste Diener, den ich... Oh Gott, oh Gott. Braucht ihr Feuer? Okay. Du hast fehlgeschlagen. Ganz viele tolle Sachen. Wie viele Geheimnisse kann man eigentlich spielen? Mal gucken, was da so rauskommt. Okay. Jawohl. Stirb. Die ist schon mal weg. Dann hab ich noch... Ja, wenn ich jetzt den Diener spiele, dann hast du noch die Stimmen. Nein. 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 Jetzt ess es den. Immer eine Hand bei Schleim unterm Kehl. Immer eine Hand bei Schleim unterm Kehl. Immer noch eins damit. Ich hab das Kriegsweil ausgenommen. So. Ach, so bist du also drauf. Ja, ich wollte das extra Zoro machen. Weil ich hab mir schon gedacht, dass du meinen Diener kopierst. So wie in der Design. Jetzt wird's heiß. Alle drinnen da oder was? Ja klar. Okay. Ich sollte mal wieder meine Hand aufbüllen. Dann ist das diese Immunität da oben oder was? Na gut, dass der mich nicht in den Minimitzen rauskommen kann. Den Diener musst du eigentlich mal zum Schweigen bringen. Dann ist er richtig wertvoll. Einmal zum Schweigen bringen und sofort. Ich habe meine Beufel. Meins. Boah, die sinnloseste Karte überhaupt zieht. Ich weiß nicht. Ach der. Kann nicht angreifen. Es ist voll gefährlich, weißt du. Hätte er wenigstens mal Spott, hätte er immer eine kleine Bedeutung. Aber so ist er ja komplett sinnlos. Ich verstehe nicht mal, warum es so eine Karte gibt. Oh Gott. Ich habe sie falsch gelesen. Du lachst rein, die gibt Spott, oder? Alle kriegen Spott und Plus Zweite. Dann wäre die krass gelesen. Willst du ihn auch mal zerstören? Oh Gott. Ich habe mich so gefreut um alle Spott. Hehehe. Ach schön. Oh Gott. Den kannst du nur mit irgendwas spotten oder sowas, ne? Oh Gott. Eine Runde lassen doch. Reno Jackson. Ich glaube, das Reno bringt da nichts mehr. Ist das noch so? Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lass mich in Ruhe. Du hast keinen Drachen auf der Hand. Leider. Ich habe nur zwei Zauber. Ich kann ja eh jetzt nicht. Den kann ich noch machen. So. Ich mag die Karte. Oh. Oh. Ich kann nicht mehr machen. Ich mag die Karte. Das ist nicht die gleiche. Oh Gott. Ja. Och manno, ich hatte nix mehr. Absolut gar nichts. Losche. So, sehr schön. Ja. Dann war's das diese Woche schon wieder, ne? Ja. 2 zu 1 für mich. Nächste Woche Revanche mit einem neuen Kartenchaos.